Das geschah in der letzten Folge. Und nun sind wir hier im letzten Part angekommen. Der Part 6 von 6 aus der Heileinstadt Dösen. Viel Spaß damit. Euer Nano. Das ist ein Teil der Heileinstadt Dösen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich bin auch da jetzt. Was hast du für eine Stehsie? Was hast du für eine Stehsie? Ich bin auch da jetzt. Was hast du für eine Stehsie? Oder wie man das auch nennen kann. Und das war es jetzt auch hier mit dem letzten Teil aus der Heilanstalt hier vom Dösen. Und ich melde mich ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder zu einer anderen Exploration. Bis dahin, ciao, euer Name. Sonst werde ich da. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, ich war da, oder? Ja, ich war da. Da habe ich von da oben ausgewunken. Nein, gewunken. Da war Nancy mit dabei. Da war ich mit dabei. Nein, ich stand da oben und habe runtergewunken. Hä, ja. Da war Nancy mit dabei. So, Nancy runter, oder was? Nein, hier unten standen doch welche. Ja. Ja, und dann stand da Nancy mit oben. Ja, jetzt ist wirklich klar. Sehr geil. Jetzt guck mal, freundlicher. Jetzt ist nämlich so ein schönes Bild mit Sonne. Kann man nicht freundlich gucken. So. Guck da draußen. Wie filmst denn du, ey? Guck mal, das Ding ist durchaus tariert. Du hältst das richtig schief. Das ist total tariert und so. Ja, genau. Abgesehen davon, dass du das voll schief hältst und nicht gerade. Das ist der Moment hinter der Kamera nicht. Ja, doch, ich schon. Oh, das trainiert aber ganz schön. Den Bizeps. Ja, mach das mal eine Stunde lang. Es gibt noch viel schwerere Stetti-Cans. Stetti? Die haben noch einen Motor dran und so. Die haben noch einen Motor dran.